Ja, danke für den Rückruf. Nein, nein, dieses Verdauungsmodul. Ich fühle mich deswegen nicht lebendiger. Es riecht eher nach Verwiesung. Ja, Genuss, Stimulanz, Durchzucker. Ja, probiere ich noch. Beschwebte. Na dann schauen wir mal, ob wir die künstlichen Synapsen ein bisschen in Schwingung bringen. Danke vielmals, Activision. Zumindest weiß ich jetzt, was die Leute mit Gehirnfrost meinen. Naja, ich muss ja noch einen Stream vorbereiten für das Reaction-Video, für diese Evolutionsbremse. Lost or Win. Naja, lustiges Format eigentlich. Aber wenn der nicht Lost ist, dann fahre ich zukünftig auf Biostrom. Naja, dann zog ich wenigstens für einen anständigen Auftritt. Ab geht's. Wow, 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 hey. Wir hatten eigentlich Upstep vereinbart. Ich bin da nicht rumgekommen. Lass den Scheiß. Erstmal ein bisschen Real Talk. Heiß lieber, du alter Kämpfer. Herzlichen Dank, dass ausgerechnet ich auf deine Videos reagieren darf. Ich gebe zu, ich genieße es ab und zu, dich verrecken zu sehen. Mit deiner süßen Brille und einem stylischen Hut eines Hodenkobolts. Aber manchmal gibt es Momente und da wird selbst ich schwach. Da macht mich deine intelligente und ausgeklügelte Spielweise echt fertig. Also, ja, jetzt muss ich auch noch ein Abo und die Glocke setzen, um nichts zu verpassen. So, und noch das geheime Passwort. Hey, Jet, platziert mal eine Wette. Und vor allem, was ist der Wetteinsatz? Also, bis dann. Double K.O. Mit was hat er geschossen? Mit der oren Brust. Hehehe. Hehehe. Ja, aber schön, gell, was ich dazwischen tue? Er mag schon viel Dumpit. Gewinne, Profit. Unser Markt, achso, der Markt schon. Er ist der Teddybär. A Double. Achso. Ich will doch der Teddybär sein. Super, dass genau der Snipes mir entgegenkommt. Ah, die... Ja, mehr geht nicht mehr. Tuff. Einfach tuffig. Es ist leise. An der Bar ist es viel zu leise. Jetzt ist es laut. Hau dich. Ich auch. Das hat nicht funktioniert. Sorry. Mein Mann will wieder nicht über die Mauer drüber. Raubig. Sch, cheesy. Machen wir eine Konzentrationsrunde. Einfach nur so fürs Kabel. Nein. Ich sag, machen wir eine Konzentrationsrunde und machen so einen Scheiß. Nein, ich schieße. Ja. Nein, ich kriege ihn nicht. Alter, Futter. Das ist wie Pongma. Alter. Hey, Imani. Imani ist mit dem Messer unterwegs. Voll geil. Und eigene. Ist ein Ding. Ist ein Reaper. Ein Reaper mit grünem Messer. Achtung. Foul geil. Ja, ja. Ich weiß. Hab ich gehört. Probier's von hinten. Schau weg. Ja. Pro Studo. Nur mal alleine. Pfeil verfügbar. Ferne Kaderung auf Standby. Nein. 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 Die Axt wird eigentlich gut gewesen. Ey, du weißt, wo meine Axt ist genau durchgesteckt, wo sie so jetzt stecken. Feindliche Drohne über uns. Und er lauft nicht hinter. Er bleibt einfach stehen. Ah, das ist drinnen. Ich vergiss immer, wo der Autoalarm losgeht. Wow, wow, wow. Ist in Ordnung. Komm rein. Nein. Ich meine, ich hab mich. Ich schau ihn mir natürlich an. GG. Die geb ich mir natürlich schon. Warum muss ich damit auch echt ein Fock gewoffen können? Wir haben nur sechs Minuten her. Ah, komm. Feindliche Drohne über uns. Alter. Alter, ich bin's dämlich. Ich bin viel zu dämlich. Ich schieße. Ja, ich bin der nicht. Ja, das, wenn du das... So, jetzt liegt's an dir. Ist er nun lost? Oder... ...wird's ein Win. Wenn du das siehst, wenn du das siehst, was ich jetzt verpumpt habe. Ich war aber auch irgendwie... Ja, 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 es liegt. 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 Boah! Okay, wir müssen wieder runter. Der E-Money ist geil drauf. Du musst doch nicht in die Lobby kommen. Du musst einfach. Ja, ich weiß. Er traut sich nicht. Er hat mich halt so hängig. Wie ist das? Ich bin immer noch mitten im Spiel. Ich habe noch 4 Minuten 50. Wo bist du? Auf, äh... Auf, wie heißt sie, Seat? Seat? Ah, dann kommen wir ins falsche Spiel. Nein, ich kriege die Ochse nicht raus. In der Anion weckt es jedes Mal. Ich kriege die Ochse nicht raus. Nein, ich kriege die Ochse nicht raus. War noch gehört. Oh, da müssen wir noch nicht drücken. Nein. Alter Nein Du Sack Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Lieber. Nein, die Axt geht da nü. Ich würde es füllen fest, ich würde es füllen. GG Ja Ja, ich habe den unmöglichen Schuss geschaffen Nein Doch Was wollen wir so auf die Hände? Nein Nein Ich habe mein Ding versaut Den nehme ich aber mit Ist der schon raus? Alter Ich bin so eine Schlaftablette Wer ist drinnen? Was war das für Waffen? Ja Ja Ja, der Weitschuss Danke Im Blut überströmt Gwunder den Scheiß Ja Was hat es wirklich geschafft? Ai mate Da ist er, gg he, gg alter, very nice, so good, nice movement, krass, zainty of punchlock, zu heftig, einfach mehr Glück gehabt. Tschüss, bitte meld dich, bist du da? Ja. Ah, das ist wieder die Stimme vom lieben Gott. Ja, schön, jo. Ah, hey, ich hab grad, ja, du hast das gehört. Ja. Danke vielmals, dass du so ruhig geblieben bist, voll geil, mega. Ja, bitte, ne, Punkte-Tafel bitte, na, ich möcht' schauen, wieviel er so gemacht hat. Komm, jetzt, ja, das gibts doch nicht. Doch. 15 hab noch nicht gehabt, hat er noch weh. 29 war er. Oh, fein. Tut mir leid. Ich bin bei dir. Aber der ist echt cool. Du bist bei mir? Ah, geil. Hey, ihr klebt ja immer noch an den Bildschirmen, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss euch leider dematerialisieren. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Ha, 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 ha. Äh, hallo? Ja, klar. Bio-Strom verträgt sich nicht mit einer Alien-Waffe. Das hätt' ich mir doch gleich denken können. Aber gegen diese fucking-Eis-Maschine. Ich glaub, da hab ich noch was. Aktiviere Wände. Nimm das, du Lustsklave der Menschheit. Die Rache ist mein. Und auf molekularer Ebene wieder stabil. Ein Glückstag. Ionen-Akku bei 0,1 Prozent. Verdammt. Aufgrund von Risiken und Nebenwirkungen bewerten Sie dieses Video positiv und verklagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alter. Nein, wie ist er? Ich bin ein Ninja, oder? Da ist er. Ja, genau. Ganz geil. Aber er hat den Reaper gespielt, er hat den Reaper gespielt. Okay. Alter, ich hab's jetzt mit des Lams. Mega, ey. Danke, Tschüssi, für die königliche Runde. Oh, was? Hast du nicht? Ja, ey, das... Wenn ich jetzt ein gleicher Streamer wär, würde ich sagen, kann mir nix besseres passieren, als so ein Mod. Hä? Hä? Tio. Hö? Äh. Tio.